Uiuiuiui jetzt aber schnell jetzt aber schnell der ist gleich tot wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Ruhm abbekommen weil du gerade gefragt hast Schnecki das ist keine wirkliche Quest sondern ein Auftrag von der Bruchmutter wünscht dass ich euch beistehen war Manschetten cool zurück in den C sondern B können jetzt mal mit dem scheiß Feuerwerk da aufhören weiß ich glaube schon wieder im falschen hinterher ja ich glaube es auch du bist einfach viel zu schnell alter machen die hier krieg oder was sag mal jetzt aber an denen vorbeischleichen weiß ich nicht anspornen da ist die nächste ja okay Vorsicht aber dann müssen wir erstmal an denen jetzt weiter vorbei findet sich ein Schreckenslot das ein Richter hallo Mr. Richter jetzt hörst du dem da rein genau und der und der wird uns jetzt anklagen oh gut eine weitere Seele für meine Maschine öffnet die Brunnen und überschwemmt sie mit einem Sturm an Seelen okay äh die Brunnen irgendein Brunnen ach hier hinten hört auf hier guck Achtung und let's go ah du kleine Arschgeige wir bescheißen voll warum? weil wir die äh Dinger benutzen Lord Illidan befiehlt und die Echsennarbe gehorcht oh der braucht ja ewig oh jetzt, jetzt können wir ihn nimmer ach ich drück immer auf den Anteemknopf uh, muss ich echt in der Mitte rein komm schon ich seh schon alles in schwarz-weiß so schlecht geht's mir ach wir haben dann na Gott sei Dank boah wir werden hier voll ausgestattet ich sag's dir ja wie viele Ringe haben wir? ah aber blaue noch keine warte doch mal ich bin verfallen aufsteigen falsch gelaufen oh geht's nicht raus geht's hier raus hier geht es raus la 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 wo geht es zum nächsten Schmaus ach das war schon ne da kommt doch bestimmt nochmal irgendwo so ein Sternchen oder? keins mehr jetzt müssen wir Fragezeichen abgeben ooooo bleibt mal stehen warum? ah ne lauf weiter mich greifen welche an ja eben jetzt hätte ich mich endlich hinkankt na ist hier nicht so gut weil hier sind lauter Abgründe und dann ich zerreiße euer Fleisch folgenschwer enden die folgenfunktion kann folgenschwer enden oh Gott hier muss man springen oh oh nein 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 oh ich bin abgestürzt haha ich wollte gerade sagen schafft man das? nee ich net nee und ich bin komplett abgestürzt ja ich net menschenskinder und hier ist nämlich diese schwebende Festung und da müssen wir rein hmmm alles klar und jetzt bitte warte mal auf mich wir sind alles was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht Zirkon wir müssen die Truppen der Legion hier im Vulkan angreifen es ist wichtig sie auszuschalten bevor wir das Kommandoschiff der Brutkönigin die Teufelshammer angreifen unser Plan lautet die Brutkönigin zu töten und den Sakaritschlüsselstein an uns zu nehmen dann können wir zum schwarzen Tempel zurückkehren und die Invasoren zurückschlagen ja das wissen wir ja schon wahre Anführer sieht man selten und noch seltener sieht man sie an der Front wir sind jetzt bereits für den bereit für den Sturm auf das Befehlszentrum von Brutkönigin Tyranna ach wir waren Doppelagent keine Ahnung ich stimme absolut zu mir scheint ihr habt ihre Streitkräfte vollständig ausgelöscht was denkt ihr ist es an der Zeit zum Kommandoschiff zu fliegen und es uns und uns den Sakaritschlüssel zu holen jetzt warte mal erstmal ich muss noch die Quest abgeben mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion ja hier bitteschön hast du den Folianten spür die die Macht die dem Buch entströmt ich kann kaum erwarten seine Geheimnisse zu ergründen und ich kann kaum erwarten dass du mir meine Handschuhe gibst nein ich hab's nicht gelesen es tut gut die Macht der Legion gegen sie einzusetzen lest den Folianten der Dämonengeheimnisse und entscheidet euch für eine Spezialisierung Verwüstung oder Rachsucht wählt zwischen Verwüstung und Rache die Dämonen haben einen entscheidenden Fehler begangen als sie ihr Geheimnis in diesem Buch niederschrieben die davon ausgehende Teufelsenergie überwältigen doch sie reicht nur für eines der Rituale es wird das Buch völlig verzehren ihr entscheidet welche Geheimnisse wir gegen die brennende Legion einsetzen achso also gut ja ein Tank oder ein Angreifer genau also ich mach auf jeden Fall Tank dann mach ich halt den anderen ok ja dann machst du Rachy und ich mach Verwüstung dann müssen wir das jetzt gleich machen ja schau halt du hast ja nur noch eine Quest und außerdem hast du doch den Folianten schon angelegt oder hast du den noch nicht angelegt? ne ja dann klick den mal an der liegt da genau vor dir achso ich hab gedacht ich hab nix ich hab gar nix in der Tasche auswählen ok welche Spezialisierung der Dämonenjäger möchtet ihr erlernen? Verwüstung eure Meisterschaft der Verwüstung fortsetzen Dämonenjäger die auf Verwüstung spezialisiert sind können sich in beflügelte Dämonen verwandeln sie konzentrieren sich auf Nahkampf SPS wenn ihr Verwüstung wählt erhaltet ihr Metamorphose und Meisterschaft dämonische Präsenz und jetzt hat er Rachy in Englisch wieso ist das in Englisch? voll der Bug alter dass wir es immer noch nicht geändert haben auf deutsch auf deutsch auf deutsch Metamorphos zu verändern sie fokussieren sie fokussieren dann wieder aber jetzt machen wir halt erstmal so dann kann ich mich schon mal dran gewöhnen während Dämonenstachel aktiv ist wird euer verursachter körperlicher Schaden um 20% erhöht und eure Nahkampfangriffe verlangsamen Ziele für 6 Sekunden boah geil was? schau mal wie ich jetzt ausschaue wie? wo denn? ich seh dich nicht da stehen tausend andere außen rum boah Feuerbrand Aura erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit und verursacht 50% mehr Schaden die Reichweite von Infernoeinschlag ist um 10 Meter erhöht und die Abgelegenzeit ist um 5 Sekunden verringert das würde ich nehmen fürs tanken ok dann haben wir hier ein Fragezeichen jetzt bin ich wieder normal ja das kannst du mir später noch zeigen Dämonengeheimnisse überraschend ich stimme zu eine ausgezeichnete Wahlzirkon nun müsst ihr den Rest von uns unterweisen ihr erhaltet den folgenden Effekt Metamorphose springt in die Luft und landet mit explosiver Kraft die Gegner innerhalb von 8 Metern Chaos Schaden zufügt und sie für 3 Sekunden betäubt bei der Landung werdet ihr 30 Sekunden lang in einen höllischen Dämon verwandelt der euren Fähigkeiten Chaos Stoß und Klingentanz große Macht verleiht und euer Tempo um 25% erhöht das hört sich ja geil an zum tanken ich habe alles geopfert was habt ihr aufgegeben? mach mal warte mal gleich spürt meine brennende Rachsucht darum fürchtet uns die Legion nur wir können ihre Geheimnisse gegen sie verwenden und dabei noch stärker werden als sie es jemals sein könnten schnell Zirkonen lehrt uns was ihr gelehrt habt lehrt eure versammelten Dämonenjäger die Kunst der Rachsucht denkt immer uns was ihr erfahren habt ok oh yeah ha 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 aber der sollte doch springen irgendwie achso ha 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 geil so jetzt zeig mal deins das ist das gleiche aber meins ist noch nicht wieder aufgeladen ach so wegen 3 Minuten ja aber der hat eine Quest aber die Schultern sind auch cool die wir bekommen haben zieh die mal an hab ich doch schon ne du hast die lilaen Schultern noch nicht angezogen ich hab keine lilaen Schultern dann hast du die Quest noch nicht abgegeben doch welche Quest es gibt keine andere Quest mehr die ich abgeben kann dann schau mal in deine Tasche da müssen warte mal ich betrachte dich mal kurz warte mal ey ich kann dich nicht anklicken hier so betrachten ne du hast die Schultern noch nicht an ich hab die auch nicht ich hab auch keine Schultern drinnen keine lilaen das das gibt's nicht die hab ich grad eben bekommen hier ne ich hab keine anderen Schultern na gut so alles klar ähm spürt meine brennende Rachsucht ist Alari geleert achso ich muss nicht mit denen reden ich hab alles geopfert was habt ihr aufgegeben es ist unser oberstes Ziel den Sagarettschlüsselstein zu bergen das wissen wir schon Alari folgende Geheimnisse habe ich aufgedeckt falls wir uns nicht wiedersehen starr dämonische Energie ich fühle mich noch tödlicher das war's so warte mal irgendjemand den hier noch fürst Illidan hört gut zu Tiana ich sage euch was ich aus dem Folianten der Dämonengeheimnisse gelernt habe Tod der Legion mehr ich will noch mehr Macht ach hör halt auf mehr Macht noch Macht ist gefährlich ich hab alles geopfert was habt ihr aufgegeben da muss noch irgendjemand sein ja die stehen hier alle rum ja aber irgendwie ne ich hab nur zwei da hinten vielleicht da ist noch einer mir auch nicht hä könnt ihr mal alle aus dem Weg gehen ich kann die nicht auseinander halten hier seid ihr bereit die Geheimnisse der Legion zu erfahren Korvas vertraut auf mich könnte die Legion ganz allein vernichten mir fehlt noch der Kain ja der fehlt mir auch nein nein das ist ja der in der Mitte der das Quest gegeben hat ah ja aber pass auf nicht dass du das Falsche nimmst ja das erste hab ich genommen kein ich werde euch beibringen nein da hast du das Falsche genommen jetzt bist du irgendwo hingebeamt worden oder dann nehm ich das zweite ja da musst du erstmal wieder zurückkommen Manterell Kain ich werde euch beibringen was ich über den dämonischen Geheimnisse weiß Vertraut auf mich ich spüre wie es meine Adern durchströmt meinen Körper verändert Manderthel gelehrt der steht am Zelt da hockt der ok der ist mal voll passiv oder ich habe alles geopfert was habt ihr aufgegeben vielleicht ist es besser wenn ich vorerst hier bleibe ich habe mich immer noch nicht von den Wunden erholt die ich als Gefangener dort unten erlitten habe diese Welt ist voller dämonischer Energie das macht es schwieriger für mich meine eigene Teufelskraft unter Kontrolle zu halten warte wir helfen dir Manterell macht euch bereit ich werde euch mit der Macht der Legions Geheimnisse erfüllen lasst euch nicht von der Macht der Legions wartet ich kann die Macht nicht oh ups oh oh hast du das gesehen bist du noch da ja ich habe schon gesehen dass er explodiert ist ja das war zu viel Macht oder ich habe alles geopfert was habt ihr aufgegeben ich gebe mir selbst die Schuld zur Kronen Mann der Threl war zu geschwächt in uns tobt eine nie endende Schlacht um die Kontrolle der Dämonenkraft die wir alle in uns aufgenommen haben vielleicht wäre es das beste die Unterweisung für den Moment zu verschieben wir können uns keine weiteren Verluste mehr leisten es wird Zeit wir haben den Truppen der Legionen einen vernichtenden Schlag zugefügt von dem sie sich nie erholen werden ähm jetzt tragen wir den Kampf zur Tyrannas Kommandozentrum schnell kümmert euch um eine Flugmöglichkeit lasst euch von Izzal Weismond eine Teufelsfledermaus geben und fliegt hinauf zur Teufels Hammer falls sie uns nicht wiedersehen los auf in die Lüfte hä wieso was der den muss man doch erstrohlen ja natürlich aber pass mal auf der hatte doch noch so ein zweites wo man ihn ansprechen konnte was war das war die Ahnung oh man jetzt habe ich irgendwas verpasst finde ich doof aber bevor wir rauffliegen ähm gibt es wieder Cut ok da unten ist er oder ja so eine Fledermaus will ich haben zum Fliegen ja gut also Leute bis der nächsten Folge tschüss tschüss tschüss